So. Reißzähne der Verderbnis. Okay. Mit wem redet die jetzt? So allgemein? In den Raum rein? Oder? Da irgendwer zugehört. Denn da muss ich Lilith enttäuschen. Ich bin schlechter Zuhörer. Der Schild ist echt schuldig. Ich bin schlechter Zuhörer. Das erbärmliche Land vollkommen verschlungen hat. Methanes Blut. Es fließt hier. Ich bin schlechter Zuhörer. Ich bin schlechter Zuhörer. Ich bin schlechter Zuhörer. Oooooooooooooooooooooooo Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Okay, jetzt muss ich nur hier sein. Ich hab gedacht, ich hab auf mich getraut. Wenn ich so gut mag werde. Hmm. So, keine Ahnung. Okay, ich muss ihn einfach nur besiehen anscheinend.